Okay, Leute, mein Podcast, der Gast aus 307, geht in die nächste Runde. Folge 1 mit Elisabeth Köstinger, unsere Landwirtschaft- und Tourismusministerin aus Österreich. Die Elli wird uns im Podcast ein bisschen mitnehmen in ihr Leben, tief hinein, was sie beschäftigt, was sie antreibt, für was sie brennt und was die Mission ist, als Ministerin, als Frau in Österreich anzutreten. Viel Spaß, der Gast aus 307. Bis zum nächsten Mal.